Das ist ein Wettbewerb. Ein Wettbewerb hinterher? Ja. So kann man hier hören. Darf man rechts gehen? Schon links steuern, genau. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Und Michael hält sich gerade weiter vor. Aber auch rechts. Kannst du mal den nächsten Rechtskreis senken, Michael? Jawohl, Michael, wenn das nichts bringt, beobachtest du mal den Niklas? Der fliegt das relativ ruhig. Einfach an der Westschlanke nach vorn. Es lädt jedenfalls keine Höhe. Wenn man da wieder vorne in die Sonne reinkommt, kann das gut sein, dass es da geht. Kannst du nicht auf die bleiben. Aber dann schön aktiv. Hast du nicht bemerkt? Da hast du ja wirklich um 30% Klappe rechts reingehauen. Gut reagiert. Aber du solltest trotzdem vermeiden. Wenn du da vorne an der Kante angekommen bist, kannst du entweder mal schauen, ob da noch ein bisschen mehr zu holen ist. Oder kommst du 180 Grad zurück. Das ist der Einstiegschluss. Links rum eindrehen. Körper links, Bremse links. Bleib links drauf. Dürfen links rum. Versteigen stark. Also schön aktiv fliegen. Schnell links, rechts und höher. Höher die Rechte. Höher. Höher. Bleib genauso drinnen. Genauso bleiben. Jetzt würdest du dich gleich ein bisschen aufstellen. Jetzt richtig ist es drauf. Ein Stück gerade. Bleib. Jetzt richtig wieder hoch. Sehr schön. Auf gehts links rum. Rechte und höher. Woll jetzt wieder ein bisschen auf die Rechte drauf, wenn du die durchsackt. Jetzt ein Stück gerade. Ich denke, der mich da ist ein bisschen nach hinten. Wir schoben gerade. Gerade. Schauen wir mal, ob da vorne rechts geht. Michael, an der Kante, ob es lang nach vorne ist. Würde ich geraten, da steigt es auf jeden Fall zuverlässig. Das sieht sehr schön aus. Jetzt ist es wahrscheinlich zu zentrieren Eckart. Wenn es dir passt, ist es los. Bremsekontrolle. Bremsekontrolle. Und gibt es gar nicht. Wegehände. Michael lacht ein bisschen auf Fangabstand. Du fühlst jetzt ziemlich oft so in den Hang rein. Ähm. Das war einfach nicht schlecht. Also wenn du sagst, es passt, dann ist okay. Aber es hat einfach recht oft so Richtung Hang unterwegs. Eckart jetzt erstmal ein bisschen mehr rechts. Gerade gegen den Wind. Da geht es jetzt ein bisschen runter. Das ist jetzt einfach der Talwind, der da mit rein spült. Aktiv fliegen. Da hast du vielleicht gesehen, als vorhin der Michael war. Einfach gerade. Eckart. Mehr nach rechts. Eckart höher. Mehr rechts. Und jetzt gerade erstmal in die Richtung vor. Da. Da kannst du nur überlegen, ob du erstmal da schon eingehen willst. Du willst doch weiter zum Gefühl. Dann kommt. Und dann kommt. Das ist rechts oben. Ach, Frank, Entschuldigung, Ecke. Sorry. Dann ist das ein extra. Das ist schon ein bisschen. Aber sicher, vielleicht mal noch ein bisschen weiter sogar vorfliegen. Da wurde nichts anderes gefunden. Das war wirklich ganz vorne auf der Nase drauf. Also übrigens noch weiter entlang in der Kasse fliegen. Ich denke, unseren Arztalwind ist das alles schon drückt. Wir haben jedenfalls schiebenden Effekt drückenwind. Stefan, bist du bereit? Ja, okay. Ja, Niklas, dann achtest du eigentlich nur darauf, dass du nicht zu weit da hinten in die Stutt reinfliegst. Vor allem hast du noch keine wirkliche Höhe. Wenn du dann da merkst, du gehst nicht mehr hoch. Dann musst du über das flache Gelände wieder zurückkommen. Das wird dann unheimlich, den man selbst nicht da vorne auf den Nase. Aber wo du jetzt bist, du kannst hier ein bisschen halten. Du kannst hier halt auch noch ein bisschen was hinterher kommen. Vielleicht mal wieder ein bisschen vorne weg. Wir gehen gerade raus. Richtung 70m. Stefan, der in der Wasser ist wieder hoch. Jawohl, der Gas ist wieder hoch. Stefan, weiter, fuhren, weiter, fuhren nach vorn, rechts laufen. Egal, fuhren, auf den linken Glück. Und jetzt sind auf den linken Weg. Boah, denn das bleibt nicht, sehr schön. Ja, dass steigen sie jetzt hier unter Platz? Ja, er lieg' ich wirklich? Ja, er lieg' ich, oder ich? Ja, ich hab ja noch ein bisschen auf. Ich helfe dich nach rechts, Stefan. Achtet immer auf ausreichend Hangabstand, das war jetzt nicht genug Hangabstand, um einen Vollkreis zu drehen. Stefan, dann auch erstmal gerade vor, gegen den Windschracht nach fliegender Merk zolpert ein bisschen. So weit? Alles gecheckt? Alles zu? Okay, auf geht's. Nehmen Sie Thomas, beidseitig mehr Törer, beidseitig mehr Törer, genauso halten, sonst kommst du nach vorne auf, aber... Also schön aktiv fliegen jetzt in die Spülung. Gerade vorfliegen erst ein Stück. Setz dich rein und kannst schon ein bisschen nach richtig fliegen. Jawoll, gerade.